Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's... äh... Dings... äh... Let's... äh... Let's-chump-Rätsel-Adventure-MPC-Village-Chump. Ähm... So, ihr habt mir nochmal ein Schuss gegeben. Also, zum einen, äh, ist dahinter noch ein Knopf. Ähm, pass mal auf kurz. Äh... Und zwar... Lalalalalala... Wo ist sie hier? Die brauche ich. So, dahinter ist ein Knopf. Komm schon. So, und, ähm, Hebel nicht vergessen. Den hatte ich letztes Jahr mal gedrückt und, äh, dachte, das war's jetzt. So habe ich das verstanden, dass ich den nicht vergessen soll, dass ich den nicht vergessen soll zu drücken. Versteht ihr? Und, äh, ihr habt mich drauf aufmerksam gemacht, dass der wahrscheinlich dafür da ist, um mitgenommen zu werden. Und... Das dann so gesehen... Ähm, ja, mir dieses Ding da öffnet, oder was weiß ich. Und... So. Äh, und noch etwas habt ihr gesagt. Und zwar... In diesem Raum hier sind natürlich... Ähm... Ja. Okay, der Hebel hat aber auch gerade die Tür hier zugemacht. Also muss ich das wahrscheinlich so machen, dass ich den erstmal so jetzt abbaue. Versteht ihr? Also, so wäre er ursprünglich auch gewesen in der anderen Position. Und jetzt wäre es eigentlich so richtig. Jetzt ist die Tür offen und die Tür ist zu. Okay. Dann war's das nicht. Dann lag ihr falsch. Und, äh, eine andere Hälfte... Es gab zwei Hälften, ähm, die was gesagt haben. Die einen haben gesagt, ich soll den Hebel mitnehmen. Und die anderen haben gesagt, ich soll, ähm, in den Öfen gucken, die in diesem Raum sind. Ähm, ja, das hätte ich letztes Mal gar nicht beachtet. Ich dachte irgendwie, das wären Pistons. Ich weiß auch nicht, wieso, weil hier unten welche sind und ich dachte irgendwie, da wären auch welche. Und ja, was soll ich sagen? Äh, hier sind wohl zwei Cleanstone oder halt ein Knopf drin. Es sind auch wirklich Knöpfe gemeint und nicht Hebel, weil es da ja auch steht. Ähm, ja, in diesen ganzen scheiß-fucking-Öfen sind irgendwie, ja, entweder zwei Cleanstone oder ein Knopf drin. Mit denen ich diese scheiß-Dings öffnen kann. Und das sind extrem viele Öfen. Ne? Das ist schon mal ein bisschen anstrengend jetzt. Ähm, ja, ich hab hier kein System gerade. Ich mach für irgendwas. Auf gut Glück. Ach Gott. Ja, das sind sehr viele. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich hier das überspringen soll. Oder ob ich das mit euch machen soll hier. Ähm, ja, mein Gott, das sind echt ganz schön viele. Ich mach ja jetzt gerade nur jeden zweiten aus jeder zweiten Reihe maximal. Und das ist schon sehr wenig. Oh Gott. Also anders kann ich an diese Tür hier nicht rankommen, beziehungsweise ich krieg den Schalter da... Ich kann's euch ja nochmal demonstrieren für die Leute, die immer noch ein bisschen skeptisch sind, dass das auch geht. Äh, denn sobald der Schalter da weg ist, dieser Schalter hier hinten, geht diese Tür zu. Moment. So, und schon ist die Tür da hinten zu. Ihr seht's wahrscheinlich. Also ich zeig's euch nochmal. So, jetzt ist die Tür zu. Wenn ich den Schalter jetzt mal dran machen sollte... Ähm, Moment. So. Die ist mir natürlich immer noch zu. Wenn ich ihn jetzt... ...drücke, ist er natürlich offen. Also man sieht's ein bisschen da. Und jetzt ist er wieder zu. Ähm. Jetzt muss der aufgehen beim Abbauen. Und es geht aber wieder zu, weil ich den Knopf abgebaut hab. Also es geht nicht. Ich muss diesen Knopf hier dran lassen. Wollte ich nur nochmal kurz erklären. Ja, und die einzige Möglichkeit ist halt, dass ich in diesen ganzen Öfen, ähm... ...ja, halt nach den Schalter-Dings der Suche. Nach dem Knopf. Ja, und das kann halt dauern, ne? Deswegen würde ich sagen, mach ich jetzt mal einen Cut und suche so lange, bis ich ihn habe. Gut, ja, dann würde ich sagen, bis gleich, beziehungsweise bis nachher. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Und, ähm, ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So. Ähm. Ich hab gerade 20 Minuten, wenn ich auf die Uhr gucke, äh, 17 Minuten, äh, nach diesen Dingern gesucht. Ich habe die ganzen Wände abgeklappert. Also von, äh, also ich hab systematisch, bin ich jetzt so, jedes Mal so, 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 diese Reihe. Also bin ich diese Wand, diese Wand, diese Wand, diese Wand und diese Wand abgegangen. Und es war nix drin. Und jetzt habe ich nochmal von dieser Ecke bis zu dieser Ecke, oder diese, ich weiß gar nicht mehr, nochmal abgesucht. Und es war immer noch nix drin. Und ganz ehrlich, Leute, ähm, das sind insgesamt 627 Öfen. Ich hab nachgerechnet. Ähm, und ich hab da jetzt ehrlich gesagt, ey, wirklich keine Lust mehr drauf. Wie gesagt, ich will euch die Maps zeigen. Und die paar Daumen runter verkrafte ich jetzt auch noch dadurch. Ich hab jetzt ehrlich keinen Bock noch. Insgesamt 627 Öfen durchzusuchen. Nur damit ich eine Stufe aktiviere. Oder sowas in der Art. Also, komm. Ne? Gut. Ehrlich, ne, ich hatte, äh, ich hab eben schon Augenkrämpfe bekommen. Wie dieses ganze Klicke da. Das ist mir eine Spur zu hart jetzt für so ein letztes Rätsel. Aber nur gut. Ähm. Nimm ihn und öffne die letzte Eisentüle mit. Hier ist ein Knopf, okay. Guckt, dings. Gut. So, essen. Okay. Mh, da ist ein Knopf. Okay. So. Oh, okay. Schnell sein. Gut. Ach, die letzte Eisentüle. Jetzt hab ich's verstanden. So. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wo es lang geht. Hier runter. Okay, wieder eine Minecart-Strecke. Oh, schön. Steaks hier. Das machen wir mal aus. So. Okay. Gut. Kennen wir ja. So. Und dann erst mal fahren. Und fahren. Und fahren. Und fahren. Fahrenen. Ach, fuck. Jetzt hat's mir unser Bank schleudert, weil ich Texturen weggewechselt hab. Okay, hätt ja klappen können. Ähm. Okay. Hätt ja klappen können ein anderer Texturen weg. Ja, okay. Schade. Hätt ja klappen können, aber hat's nicht. Okay. Gut. Fail. So. Panikraum. Mhm. Okay, das wird ein Jump. Ähm. Was für ein Zufall. Da führt dieser alte Weg doch tatsächlich in den Aufzugsschacht der alten Mine. Vielleicht findest du ja sogar noch den Diamanten. Ah. Aber jetzt begib dich so schnell wie möglich nach oben. Hier unten ist es sehr gefährlich. Also pass auf. Okay. Okay. Ja, man hört's. Ist sehr gefährlich. Ähm. Ja. Komm schon. Oh, bin ich. Ja. Okay. Ui. Okay. 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 Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich kann da oben also nicht springen, weil da eine Leiter über mir ist. Es sei denn, ich springe so seitwärts, aber das geht auch nicht. Will. Ah. Ah. Weil wegen Leiter. Scheiße. Mein das. Warte. Ich will nicht cheaten. So. Also, ich kann, ich kann nicht springen, weil da eine Leiter ist, aber ich muss ja springen. Ah, jetzt. Ah. Oh. Oh nein. Au. Scheiße. Ich hab' ich das gerade gemacht. Wie war'n das? Ah. Ah. Okay. Wollen wir ein bisschen weiter. Ah. Okay. Gut. So. Okay. Wer mich kennt, weiß, dass ich Leitern über alles hasse. So. Ach. Scheiße. Nochmal. So. So. Und so. Und. Okay. Bin ich schon oben. Äh. John Smiths. John Smiths Sachen. Tellerickson Sachen. Okay. Stone, 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 stone. Diamant. Okay. Einen Diamant haben wir. Ja, nehmen wir hier alles mal mit. Vielleicht kann man es gebrauchen. Peter Fluffy Sachen. Reiner von der Anfangs Sachen. Ja. Der war auch schon hier. Ich weiß, es soll eigentlich nur so eine Grenze sein. Ich nehm es trotzdem mit. Nur so. Gut. Ja. Okay. Haben wir es geschafft. Sieht ganz danach aus. Würde ich sagen. Jo. Okay. Dann. Würde ich sagen. Dann enden wir den Part erstmal. Den nächsten Part. Ähm. Werden wir, glaube ich, dann schon außerhalb der Stadt machen. Weil wir den Rest hier ja schon gesehen haben. In den vorherigen Folgen. Wo das Spollwerk, wo wir, glaube ich, drin waren, äh, ja noch nicht existiert hat. Deswegen können wir die anderen Sachen hier überspringen. Weil wir die ja schon kennen. Okay. Ja. Dann bin ich da ein bisschen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Lass knacken. Und bis dann. Ciao. Und bis dann.